Dieser Mini Cooper S Cabrio ist hier zum Verkauf angeboten. Das grüne Cabrio ist zweitürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 72.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2007. Das Cabrio verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Sportsitze, elektrische Fensterheber, Tagfahrlicht und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 170 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 8,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne mehr.